Wenn du dich in der Arbeit krank melden willst, dann schreib nicht Hallo Chef, mich hat's erwischt, ich lieg komplett flach und kann heute nicht zur Arbeit kommen. Das macht nur unnötig skeptisch und lässt viel zu viele Fragen auf. Schreib stattdessen Hallo Chef, leider muss ich mich heute krank melden. Ich hab versucht, mich auf den Weg zu machen, bin gesundheitlich aber einfach nicht fit genug. Noch dazu möchte ich natürlich niemanden im Büro anstecken. Ich werd heute, am 3.12.22, deshalb erstmal zu Hause bleiben, um mich schnellstmöglich wieder auszukurieren. Sofern's morgen nicht besser ist, schaue ich natürlich beim Arzt vorbei und werd sie anschließend informieren. Das Attest reiche ich natürlich schnellstmöglich nach.